Hallo, heute werde ich über das Bauknecht WMT-Style 722 Zen-N Waschmaschine berichten, ein sehr interessantes Modell. Den aktuellen Preis sehen Sie, wenn Sie den Links folgen, die ich in der Beschreibung des Videos angegeben habe. Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und vergessen Sie nicht den richtige Wahlkanal zu abonnieren und das Video zu liken. Lasst uns anfangen. Zen-Technology – die stille Kraft. Dank des innovativen Direktantriebs und der lärmdämmenden Design-Seitenwände profitieren Sie von besonders ruhigem Waschen und Schleudern bei optimalen Ergebnissen. Soft-Opening – das komfortable Trommelöffnungssystem. Dank der Soft-Opening-Funktion öffnen Sie die Wäschetrommel bequem mit einer Hand. Die Trommel positioniert sich automatisch richtig. Ein spezielles Öffnungssystem sorgt für komfortableres und sicheres Öffnen der Wäschetrommel. 7 kg Fassungsvermögen – mehr Volumen. Waschen Sie weniger häufig und freuen Sie sich über besonders schonende und knitterarme Pflege. Unsere Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von 7 kg bietet mehr Platz für Ihre Wäsche und optimalen Wäscheschutz. 1200 Umdrehungen pro Minute – außergewöhnlich schnell. Schleudern Sie Ihre Wäsche mit 1200 Umdrehungen pro Minute. Kindersicherung – weniger Sorgen, weniger Stress. Die elektronische Kindersicherung garantiert Ihnen einen sorgenfreien Familienalltag. Das unbeabsichtigte Verstellen der Programme oder das Ausschalten des Geräts durch neugierige Kinderhände wird verhindert. Die Elektronik kann bequem per Tastendruck blockiert und entriegelt werden. Clever Clean – sauber spülen. Waschmittel und Wasser werden bereits vermischt auf die Wäsche gesprüht. Das spart Wasser und Energie und schont die Umwelt. Automatische Trommelpositionierung – komfortables Entladen. Dank der automatischen Trommelpositionierung entladen Sie Ihre Waschmaschine mühelos. Die Wäschetrommel positioniert sich automatisch richtig. 30 Minuten Programm – perfekte Wäsche in 30 Minuten. Dank des 30 Minuten Programms machen Sie mit Ihrer Wäsche kurzen Prozess. Einfach und schnell ausgewählt wird Ihre Wäsche dabei nur 30 Minuten sauber. Energieeffizienzklasse E – energiesparsam in der Energieeffizienzklasse E Ich habe mir die Bewertung von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Der üble Geruch. Die Bedienknöpfe wirken sehr billig. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Die Reinigungswirkung ist sehr gut. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Waschmaschine ist unglaublich leise. Viele sinnvolle Waschprogramme. Lässt sich leicht aufstellen. Sie ist sehr schmal. Die Waschmaschine ist bedienfreundlich. Der Test für das Bauknecht WMT Style 722 Zen-N Waschmaschine ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder.